Das erste, was ich aber immer empfehle, das ist natürlich jetzt ein bisschen finster, aber wenn man in eine starke Lampe oder was hat und vorne auf die Schneide drauf schaut, dann sieht man dort, wo es reflektiert, da bei der Spitze sieht man einen richtigen Schatten. Ja, ja, das ist ein Schatten in der Schneide. Genau. Also da sieht man vorne, bis ich eine Mikrophase drauf mache. Okay, da kann ich dann schon ein paar Wiesen. Nicht übertreiben, aber auch diese Schneide darf man machen. Flacher bringt es aber auch nichts. Weil da bin ich immer dumm polieren, beeinflusst die Schneide aber nicht. Und dann kommt es schön fest. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ich werde nicht mehr Tänzen sehen. Kann ich nicht. Weil ich sage, überall ich bis zur Schneide-Durkirche machen. Also das ist fremd. Also, die sind in Nagapst. Dann hab ich mit meinen Jungs-Durkirchen. Mein Jungs-Durkirchen. Wie eine Tänze hat ich meine Tänze habe. Vнеiging mit dem Toten der Chegaplan schweigen. Wie eine Tänze hat sich an. Das ist schön her, also mein Jungs-Durkirchen. Super!